Mein Name ist Matthias Aumann und ich darf dich jetzt begrüßen im Monatsrückblick Oktober 2022. Wir haben den September abgeschlossen mit einem absoluten Rekordniveau, aber wir wären nicht Mission, Mittelstand, wenn wir da nicht oben einen wieder draufsetzen. Und zwar, wir wurden ausgezeichnet von Focus Money zum Wachstumschampion. Das bedeutet, in den letzten drei Jahren haben wir die Umsätze so radikal von Jahr zu Jahr gesteigert, um die ca. 287% pro Jahr. Ich weiß, es fehlt. Aber das hatte auch zur Folge, dass wir Nummer 1 waren und das in unserer gesamten Branche. Das bedeutet mit 287% pro Jahr am Umsatzwachstum, im Durchschnitt auf drei Jahre gesehen, haben wir ja sämtliche, ja ich würde sagen Mitbewerber oder halt andere Beratungsunternehmen weit hinter uns gelassen und sind auch auf Platz 6 aller deutschen Unternehmen gelandet. Also von allen deutschen gelisteten Unternehmen. Und ich würde sagen, wenn auf Platz 1 Biontech, auf Platz 2 und Platz 3 und 4 und 5 andere Unternehmen waren, die, würde ich sagen, Profiteure waren von den letzten Jahren. Ich glaube, dann haben wir ganz gut gearbeitet, ganz gut abgeschnitten, denn wir gehören da ja nicht zu. Also, das hat uns wahnsinnig gefreut und ja, was soll ich sagen, wir geben uns nicht zufrieden, wir sind weiter hungrig und vor allen Dingen nächstes Jahr wollen wir mal gucken, wo wir da landen, weil ich kenne ja die Zahlen aus diesem Jahr. Also, ich freue mich jetzt schon drauf und dann haben wir zum allerersten Mal unsere Mission Mittelstand Speaker Night. Das bedeutet, ja einige meiner Berater, einige meiner Coaches haben Vorträge vorbereitet zu verschiedenen Themen, Inhalten, das bedeutet Unternehmertum, Finanzen, aber auch Biohacking, Gesundheit. Und wir haben die erste Mission Mittelstand Speaker Night ins Leben gerufen, exklusiv für Partnerbetriebe und das war alles bei uns im Büro. Eine wahnsinnig gelungene Veranstaltung und direkt danach, am nächsten Tag, hatten wir dann unseren SKT Day. Das bedeutet, Skalierungstag, wo wir einen gesamten Tag unsere Partnerbetriebe nochmal unter eine Lupe nehmen, wo wir den Maschinenraum aufmachen, die Motorhaube und dann mal schauen, okay, wo müssen wir jetzt isoliert betrachtet etwas in deinem Unternehmen verändern, damit du weiter wachsen kannst, also neudeutsch skalieren. Und dann haben wir noch einen Ausflug nach Wolfgang Grupp gemacht. Ich muss sagen, ein wahnsinnig toller Ausflug. Warum? Ja, weil Herr Grupp eine wahnsinnig tolle Unternehmerpersönlichkeit ist. Also das Interview ist auf meinem YouTube-Kanal schon und ja, was soll ich sagen, die Kommentare, die sprechen alle eine Sprache, die Views, die schnellen in die Höhe, das bedeutet, es kommt sehr, sehr gut an. Wir hatten vor allen Dingen ja auch noch eine kleine Betriebsführung bekommen durch sein gesamtes Unternehmen. Und die letzten zwei Wochen im Oktober war es bei mir zumindest ziemlich ruhig, weil Herbstferien. Das bedeutet, ich war mit den Kindern unterwegs. Wir waren in Berlin, wir waren in Paris, in Disneyland und jetzt noch an der Ostsee. Und ich muss sagen, man muss gar nicht so weit um die Welt herumfliegen, wenn wir so schöne Orte, Flecke hier bei uns in Deutschland haben, aber auch ja in den angrenzenden Ländern. Vor allen Dingen gibt es so viel Geschichte zu entdecken bei uns. Und das war unheimlich schön. Wir hatten vor allen Dingen so einen wahnsinnig tollen Oktober. Ihr seht mal ein paar Überblendungen hier aus meinen Instagram-Stories. Weil in meiner Familie in Urlaub, da kommen ja nicht die Kameraleute, die Mitarbeiter von Mission Mittelstand mit. Deswegen nutze ich da mal mein Handy, um so ein bisschen hier die Storys zu machen, um vor euch wenigstens so einen ganz kleinen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Ja, und das war der Oktober. Und im November greifen wir gerade wieder richtig an. Das ist gerade hier der 1. November um 11.20 Uhr. Und ich muss sagen, mein Handy bingelt schon die ganze Zeit. Der Vertrieb ist ordentlich am Abliefern. Die Coaches sind am Erfolgeproduzieren für unsere Partnerbetriebe. Und im Hintergrund ist gerade der Malte, der produziert für euch jetzt hier gerade schon den Monatsrückblick, damit ihr auch wieder ein bisschen den Einblick hattet, was war bei Mission Mittelstand im Oktober los. Also freut euch auf den Novemberrückblick. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.